Hello! In diesem Video wird es nun darum gehen, wo man hier in Lissabon arbeiten kann, abgesehen vom Strand und der Cocktailbar natürlich. Also, dranbleiben! Okay, vielleicht kurz vorne noch weg. Ich war jetzt hier knapp einen Monat in Lissabon, habe ich hier eigentlich meinen ganz normalen Job weiterhin gemacht und weil man am Strand so nicht wirklich gut arbeiten kann oder hier draußen, habe ich entweder im Homeoffice gearbeitet, in Cafés mit gutem WLAN, so hin und wieder mal zur Abwechslung und was ich auch gemacht habe, ich habe mir Coworking Spaces ausgesucht und mir dort dann für einen Tag oder, ja für einen Tag habe ich mir einen Schreibtisch dort gemietet. Und genau, kurz ein Coworking Space, vielleicht ist der Begriff noch nicht so geläufig, ist im Prinzip ein Großraumbüro und da kann sich jeder für einen Tag oder für eine Woche oder für einen Monat einfach einen Arbeitsplatz sehr flexibel mieten und ein cooles Konzept für Selbstständige. Und genau, der erste Coworking Space, den ich mir schon angeschaut habe, war Coworking Central. Der ist sehr zentral hier im Calle de Soudre, hat eine super coole Gemeinschaft, ich wurde sofort in die Slack-Druppe aufgenommen. Und den Coworking Space, den gibt es bereits seit fünf Jahren, das war damals ein altes Hotel, hieß auch Despoa Central, und wurde jetzt dann zu einem Coworking Space umgebaut. Die Räume sind sehr hell, es ist gut beleuchtet und die Einrichtung ist cool, mit viel grünen Bäumen in dem einen Raum, war ziemlich lässig da zu arbeiten. Zusätzlich dazu gibt es verschiedene Meetingräume, Skype-Boxen oder ja im Flur konnte man auch sehr gut telefonieren. Und genau, das Internet war super spitze, blende ich jetzt hier mal kurz ein, waren richtig gute Daten, die ich dort gemessen habe. Wer dort mal arbeiten möchte, da gibt es einen Schnuppertag, den du für 10 Euro das Ganze ausprobieren kannst und bei einer weiteren Buchung kannst du dir die 10 Euro sogar noch anrechnen lassen. Also ein gutes Angebot, check das einfach mal aus. Und genau, jetzt hier mal ein paar Shots, wie es in dem Coworking Space ausschaut. 2 5 Untertitelung. BR 2018 Der zweite Coworking Space, den ich ausgecheckt habe, war der Coworklish Boa. Der ist in der Alex Factory hier, so ein Industriegelände und genau in so einem Industriegebäude ist der Coworking Space auch drin. Und ist sehr professionell aufgestellt mit einem wirklich großen Großraumbüro, wo auch absolute Stille herrscht. Und genau, dort konnte ich dann einen Tag arbeiten und habe an einem größeren Tisch einen Arbeitsplatz bekommen. Der Coworking Space hat auch mehrere Meetingräume und auch große Eventräume. Leider keine Skype Box, also für so einen kurzen Call kann man zwar in den Gang gehen oder so, allerdings gibt es dafür jetzt nicht speziell irgendwelche Räume. Grundsätzlich haben die das Angebot, dass man den Coworking Space mit Natur besichtigen kann. Sie zeigen dir alles, was sie haben und dann kannst du für zwei Stunden den Coworking Space nutzen. Ich konnte den ganzen Nachmittag dann drin bleiben, war eine gute Atmosphäre, konzentriert und habe einiges dort geschafft. Zur Internetgeschwindigkeit wieder, genau, hier die Daten, war gut im Vergleich mit den anderen, die ich sonst noch getestet habe. Und genau, jetzt hier mal wieder die Shots, wie es dort eigentlich ausschaut. Wir sehen uns, was wir sehen uns. Der dritte Coworking Space, den ich mir angeschaut habe, das war ein kleinerer, recht neuer Coworking Space, ist Kanopi City, heißt das Ganze, und die veranstalten im Moment immer den Freelance Free Friday oder so ähnlich. Und genau, das heißt, da war ich an einem Freitag, bin um halb zehn gekommen, war der erste dann dort, deswegen die Videoshots gleich sind noch gar nicht so viele Leute auf den Videos. Der Coworking Space ist in der Nähe vom Timeout-Markt, das ist auch sehr zentral hier, und bietet so zehn bis 15 Hotdesk, das heißt für Freelancer, die einfach nur mal einen Tag oder wenige Tage reinkommen wollen. Die Internetgeschwindigkeit war so vom Arbeiten her gut, hat alles gepasst, von den Daten her ist es ein bisschen geringer als bei den anderen. Schaut mal hier. Und ja, hier noch ein paar Shots, damit du dir vorstellen kannst, wie es in dem Coworking Space ausschaut. Und ja, hier noch ein paar Shots, damit du dir vorstellen kannst. Der vierte Coworking Space, wo ich war, war das Village Underground Lisboa. Das ist ein sehr fancy gestalteter Coworking Space. Und zwar arbeitet man in alten Schiffscontainern oder in einem restaurierten Doppelstecker-Bus. Und genau, es ist eine sehr, sehr coole Location. Zum Arbeiten so in dem Container drin war es jetzt irgendwie nicht so motivierend. Deswegen habe ich dann eher den Rest der Zeit auf der Terrasse dort verbracht. Da gibt es ein Sonnensegel, da hat man gut im Schatten und hat ein gutes Internet. Das Ganze befindet sich auch in der Nähe von der Alex Factory. Das heißt, jetzt hier von der Stadtmitte ist es ein bisschen weiter entfernt. Aber, genau, kommt mal gut mit dem öffentlichen Bus dorthin. Das geht recht schnell. Ich durfte dort im Coworking Space auch kostenlos wieder arbeiten. Und das diesmal über das Meetup Event von der Rosana. Sie organisiert einmal pro Woche eigentlich in irgendeinem Coworking Space ein Meetup Event, wo dann sich 20 Leute, die sich eingetragen haben, kostenlos mitarbeiten dürfen. Und dann gibt es Mittagessen noch gemeinsam, also ein digitales Nomaden Event, dass man andere können lernen, ein bisschen networken kann. Hat Spaß gemacht, war cool. Die Fakten zum Internet blende ich jetzt hier wieder ein. Und, genau, ich zeige euch mal ein paar Shots, die ich dort aufgenommen habe, wie es dort mit den Containern und mit dem alten Bus so ausschaut. Den letzten Coworking Space, den ich ausgecheckt habe, angeschaut habe, war der Lisbon Work Hub, so heißt er. Und der befindet sich jetzt hier von der Stadtmitte in die andere Richtung. Da bin ich auch mit dem Bus hingefahren, so 15, 20 Minuten war ich unterwegs, von der Stadtmitte aus. Und das ist auch etwas Besonderes. Das Gebäude ist ein altes, traditionelles Weinhaus. Das liegt direkt am Hafen. Ist also auch so ein bisschen industriell angehaucht. Und im Gebäude drin gibt es dann eine Etage, wo eher die festen Mitarbeiter sitzen, die sich da dauerhaft an den Arbeitsplatz gemietet haben. Und dann geht es noch ein Stück weit hoch in den Dachboden. Und, genau, im Dachboden, da habe ich dann gearbeitet. Das war auch mal kein ganz gewöhnlicher Arbeitsplatz, den ich dort hatte. Grundsätzlich ist der Dachboden so isoliert, dass es im Winter warm ist und im Sommer ist es mit der Klimaanlage recht kühl oder angenehm. Über die Fenster war es dann hell. Man konnte allerdings nicht rausschauen, also hat dann ja da drin eigentlich fokussiert arbeiten können. Den Coworking Space dort gibt es seit 2015. Und neben den Coworking Space Arbeitsplätzen gibt es auch Meetingräume und einen Eventraum, ziemlich groß, den man auch eben mieten kann und größere Events dort auch veranstalten kann. Grundsätzlich bietet der Coworking Space Lisbon Work Hub dort eben auch, genau, gemeinsames Yoga ab und zu an oder andere Veranstaltungen für die Mitglieder auch. Von der Internetgeschwindigkeit war es schon sehr gut wieder. Und, genau, blende ich jetzt hier mal kurz ein. Und, genau, hier ein paar Shots, wie es dort ausschaut. Schaut's mal rein. Und, genau, hier ein paar Shots, wie es dort ausschaut. So, du siehst, auch wenn man jetzt hier kein Feststoff, das Büro hat, kann man hier in Lissabon auf Reisen eigentlich sich sehr, sehr gute Arbeitsbedingungen schaffen, um einfach konzentriert mal in einem Büro zu arbeiten. Das ist, ich finde es eine sehr gute Alternative, um flexibel zu bleiben, um nicht jeden Tag das gleiche Programm zu haben und dadurch die Kreativität einfach weiter zu steigern. Gut ist auch, dass man bei den Coworking Spaces, man kann sich darauf verlassen, dass man dort einen sehr guten Arbeitsplatz, ein super Internet hat. Das ist anders jetzt als in den Cafés, wo es dann eventuell keinen Platz gibt oder das Internet nicht so perfekt läuft. Deswegen würde ich in der Coworking Spaces auf jeden Fall für einige Tage, je nachdem, wie lange man dort ist, empfehlen. Mein Favorit, jetzt der persönliche Favorit, ist tatsächlich der Cowork-Centrum, da er von der Lage her perfekt war und so die hellen Räume hatte. Genau, das fand ich sehr angenehm, dort zu arbeiten und super aufgenommen in der Community. Genau, wenn du in Lissabon mal bist, dann check den oder einen der anderen Coworking Spaces gerne einmal aus. Das soll es jetzt für dieses Video gewesen sein. Wenn du Fragen zu den Coworking Spaces hast oder eigene Empfehlungen zu den Coworking Spaces in Lissabon hast, schreib es gerne unten in die Kommentare. Falls du es noch nicht gemacht hast, abonnier auch diesen Kanal. Dann bist du bei den nächsten Videos immer sofort informiert. Bis dahin, schöne Grüße hier aus Lissabon und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!